Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash-Academy-Channel zum neuen SCB-Verse-Report. Weasen an meiner Seite und ich würde sagen, wir starten direkt ins Hot Topic, denn der neue Schedule-Report ist da. Und zwar natürlich für 2.6.2. Aimdate dafür ist der 23.03.2017, aber vorweg gesagt, es wird jetzt kein großer neuer Major-Content kommen, sondern es wird sich eher um Bugfixes und ums Polishing drehen. Ja, nun dabei sind natürlich viele Balancing-Issues noch da, die gemacht werden sollen. Das bedeutet aber auch, dass wir erstmal erwarten, dass der Arena-Commander und das FPS-Gameplay erstmal keine neuen Spielmechaniken kriegen und auch keine großen Änderungen, wie zum Beispiel 2.6.1 hat ja doch einiges nochmal verändert am Flugmodell. Das soll jetzt erstmal nicht mehr passieren, sondern hier geht es jetzt vornehmlich erstmal ums Balancing. Das Einzige, was man vielleicht noch hübsches sagen kann, ist, dass bei Spectrum sich so ein bisschen ein Developer-Kommentar rumtreibt, der ein kleines Gerücht aufgerufen hat, und zwar, dass dieser Patch einen kleinen Überraschungsinhalt beinhalten könnte. Ein Easter Egg? Könnte sein, sozusagen. Wer weiß, das Buccaneer wäre so eine Idee. Ja, könnte das sein. Es könnte auch eine FPS-Waffe sein. Wir wissen es noch nicht. Drücken wir mal die Daumen, dass es überhaupt reinkommt. Wobei, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht tatsächlich nochmal ins Flugmodell so ransetzen und die Flugmechanik nochmal ein bisschen weiterentwickeln und verändern. Stichwort wäre für mich zum Beispiel Afterburner in Relation zum Cruise-Speed. Da sehe ich jetzt immer noch Arbeitsbedarf, Änderungsbedarf. Aber ich hoffe mal, dass sie Afterburner und das Cruise-Speed nochmal voneinander trennen werden, weil, ja, wie gesagt, ich finde ihn noch nicht ganz perfekt so. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wir gucken mal, was sie sich jetzt zumindest beim Balancing erstmal einfallen lassen. Und ich denke, dann wird es, ich glaube, sie werden insgesamt noch ein bisschen weiter dran drehen. Wir gehen mal weiter zu den Weekly-Updates und da sind wir natürlich wie immer mit Around the Verse als erstes am Start. Da gab es eine sehr, sehr schöne Folge. Ehrlich gesagt, eine der besten Around the Verse-Folgen, die ich je gesehen habe. Ging diesmal um die Anvil Hurricane und um die Character-Customization. Ja, Co-Host war Tony Zurovec. Das ist der Persistent Universe Game Director. Ist nicht Sandy Gardner gewesen, aber trotzdem jemand, der viel und ausführlich geredet hat. Und sie haben eine neue Formatierung innerhalb dieses Around the Verse. Und zwar orientiert ein bisschen am Monatsreport, dass jetzt Studio-Updates integriert werden. Und zwar mit jedem Around the Verse ein anderes Studio sich da nochmal vorstellen kann, beziehungsweise die eigene Arbeit präsentieren kann. Und sehr ausführlich. Diesmal war Foundry 42 in Frankfurt dran mit Brian Chambers. Ich glaube sowieso, irgendwie ist das das am besten laufende Studio. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube, der muss immer ran. Weil der Mann gut reden kann und sehr sympathisch wirkt, wird der immer Shanghai. Und alle anderen schieben ihn wahrscheinlich nach vorne. Mach mal. Ja, mach mal. Außerdem sind die Arbeitssamen Deutschen da irgendwie immer ganz weit vorne drin. Und sie haben auch einiges präsentiert. Zum Beispiel von Castag Arms ist jetzt fertig die doppelläufige ballistische Schrotflinte. Darum meinte ich vorhin, das könnte auch vielleicht der Überraschungsinhalt sein. Also diesmal nicht nur eine Energieschrotflinte, sondern eine ballistische. Okay, wenn die Energieschrotflinte schon ein One-Shot-Kill ist. Was ist eine doppelläufige Projektilschrotflinte? Ein Half-Shot-Kill? Das heißt, wenn den Streif stirbt er auch schon? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Es gab außerdem, was ich sehr geil fand, die erste Version des Sonnensystem-Editors. Ein eigenes Tool, was sich CIG zusammengebaut hat. Ja, und was im Grunde genommen der erste Entwicklungsstadium eines neuen Sonnensystems ist. Damit würde ich gerne mal spielen, so ein paar Wochen, mal so ein paar Sonnensysteme erschaffen oder eine ganze Galaxie. Aber ich schätze, dann wäre ich wahrscheinlich raus bei YouTube und würde dann mich gar nicht mehr duschen. Mein Bad, ich würde ein Bad bekommen und würde dann Pizzas bestellen und die ganze Zeit nur noch Galaxien erschaffen und mich mächtig fühlen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool, was notwendig wurde in der Entwicklung und was natürlich die ersten Arbeitsschritte des Spiels sozusagen bedeutet. Wir erstellen ein System und dann gehen wir ins Detail und schauen uns die Einzelplaneten an. Und das wurde auch gemacht, indem sie die Crusader-Monde vorgestellt haben, die jetzt von der Ausgestaltung soweit fertig sind. Das heißt, die Überarbeitung im Detail ist passiert. Jetzt geht es darum, die verschiedenen geologischen und landschaftlichen Elemente sowie Objekte zum Erkunden noch zu integrieren. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon fertige Monde. Sie sehen hervorragend aus. Geht mal auf den SCB-Artikel, guckt euch die Screenshots an. Es ist wirklich ein Traum, sich das anzugucken. Jetzt kommt da quasi noch das Gameplay mit herein. Außerdem gab es ein sehr ausführliches, langes Interview mit drei Herren von CIG zur Character Customization. Kann ich auch nur empfehlen. Schaut es euch an, denn was jetzt schon in diesem vorläufigen Editor, den sie da gezeigt haben, möglich sein ist, an den Charakteren zu verändern. Rüstungsteile, irgendwelche Lampen dran, irgendwelche Granaten überall anzusetzen, war sehr, sehr geil zu sehen. Ist vielleicht auch so, wenn man sich heute schon das Tool anschaut zur Ship Customization. Da merkt man schon im Vergleich zum damaligen Holotable, der den noch kennt, ein sehr, sehr gutes Tool. Und wenn wir dementsprechend auch einfach die Ankerpunkte bzw. diese Haltepunkte für die Rüstung, für Gegenstände editieren können, dann wird das auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr wichtiges Tool werden, um die Charaktere auch wirklich auszugestalten. Absolut. Wir werden uns jetzt nochmal dran setzen, um da ein Voice-Over zu machen. Denn das ist tatsächlich ein sehr, sehr immanenter Bestandteil, dass ihr eure Charaktere ja dann auch Customization gebt. Also Customisieren, wie nennt man das? Anpassen, Individualisieren, so in der Art. Customisieren. So in der Art. Ja, dann hatten wir noch die Subscriber Town Hall. Das ist jetzt etwas verspätet auch auf die SCB-Seite gekommen. Das war eigentlich schon Anfang Februar das Ganze. Dementsprechend sind auch manche Fragen nicht mehr ganz aktuell, aber wir haben uns ein paar interessante rausgesucht. Das Vollständige findet ihr jetzt natürlich auf SCB und die erste Frage, wo es darum ging, ging um die Frachtschiffe, deren Geschwindigkeiten und wie das Balancing da aussehen soll. Ob nämlich die Frachtschiffe es so gedacht ist, dass sie eine hohe Maximalgeschwindigkeit haben, aber dann eben eine lange Beschleunigung. Ja, etwas komische Antwort. Naja, es ist schon, es ist so gedacht, dass sie im Endeffekt von der Beschleunigung her nicht, oder von der Spitzengeschwindigkeit nicht in der Lage sein werden, Jäger abzuhängen, sondern sie werden eine Eskorte brauchen. Ich persönlich muss sagen, ich finde das einen sehr, sehr schwierigen Ansatz, weil die Antwort geht nämlich weiter. Es ist nicht nur so, dass diese Schiffe, dass diese Frachter oder Transporter oder größeren Schiffe nicht in der Lage sein werden, Jäger abzuhängen. Nein, sie werden aber sicher sein, wenn sie dann erstmal weit weg sind von quasi Tankstellen oder von Plattformen, Stationen, weil da kommt ja ein Jäger, ein trägergestützter Jäger eh nicht mehr hin. So, da entstehen natürlich bei mir große Fragezeichen, weil warum kaufe ich mir denn dann eine Hornet, warum kaufe ich mir eine Gladiator, eine Gladius, wenn ich letztendlich immer nur um die Tankstelle kreise und da versuche halt für Sicherheit zu sorgen. Wird ein ziemlich langweiliger Job. Ich glaube, CIG ist da noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung, die suchen da eher gerade eine Antwort. Ja, denn ansonsten, sage ich jetzt mal, damit drei Hornets das Stand-System durchqueren können, zwei Starfarer mitzuschleppen, ist halt auch die Frage, ob die ganze Sache dann sehr sinnvoll wird. Gucken wir uns mal an. Wir hoffen immer noch sehr darauf, dass wir irgendwann eine günstige Möglichkeit für einen Escort-Carrier kriegen. Oder die Reichweite erhöht wird. Ich bin auch tatsächlich kein Fan darüber hinaus, dass Transportschiffe nicht am Ende ihrer Beschleunigungsphase schnell genug sind, um Jägern auszuweichen. Ich halte das für einen Fehler. Ich würde eher gerne sehen, wenn eine Starfarer, sage ich mal, 20 Minuten beschleunigen muss und dann ist sie schnell genug, um einen Angriff aus dem Weg zu gehen. Oder zumindest hat sie ein gewisses Geschwindigkeitsmoment. Um rechtzeitig den Kurs zu korrigieren, wäre eher mein Ansatz, als zu sagen, nee, nee, die sind immer nur lahmarschig, aber sobald sie aus dem Küstengebesser raus sind, sind sie safe. Weiß ich nicht, ob das spannend wird. So sehe ich das ähnlich. Wir werden es erleben und zwar vermutlich dann mit der 3.0. Ich glaube, da werden solche Mechaniken dann auch nochmal ausführlich getestet und auf dem Prüfstand stehen. Und was sie sich dann einfallen lassen, da können wir jetzt eh noch nicht abschätzen. Wir gucken, gehen mal noch eine Frage weiter. Die fanden wir noch ganz interessant als Info für euch. Und zwar, warum können wir denn momentan mit der Constellation zwar in den Free Flight vom Arena Commander, aber nicht jetzt zum Beispiel in den Pirate Swarm oder auch eben in den Vendal Swarm gehen. Tja, da ist geplant, dass es ein Multi-Crew-Lobby-System für geben wird, dass diese Positionen, die Plätze wirklich zugeordnet werden können. Das heißt, man startet dann wirklich direkt mit einem Team in den Arena Commander. Das ist geplant, wird auch so kommen. Vorher macht es aber keinen Sinn, jetzt im Leaderboard-Bereich, sprich jetzt im Battle Royale oder im Squad and Battle, eine Connie spawnen zu lassen. Im Free Flight allerdings geht das ja schon. Da ist man aber alleine an Bord und müsste dann Leute zusteigen lassen. Naja, ich würde auch sagen, was man da auch noch zufügen müsste eigentlich ist, wir brauchen einen neuen Net-Code. Gut, weil wenn jetzt zwei Connie's in den Arena Commander joinen, ja, ins Battle Royale, dann wären wir halt irgendwie, schätze ich mal, bei 10 Frames die Sekunde. Macht, kann nicht wirklich Spaß, ist jetzt schon länge genug, so. Ich denke, auch da muss der neue Net-Code erstmal rein, aber das war jetzt hier nicht in der Antwort mit drin. Genau. Wir gehen weiter ins nächste Format, und zwar den Happy Hour Live-Stream von letzter Woche. Das war mal was völlig anderes, während wir ja die Woche davor dieses Game Dev hatten mit dem Kreatur erschaffen. ging es diesmal um das sogenannte Star Citizen Museum. Da ging es um Retro-Gaming, und was ich eigentlich ganz charmant fand daran war, dass sie Chris Roberts aller, allererstes Computerspiel gezeigt haben, auf einem Emulator. Das hatte natürlich nichts mit Star Citizen zu tun, gab auch da keine weiteren Infos, aber das erste Spiel von Chris Roberts fand ich schon ganz niedlich. Das war King Kong. King Kong, jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil jetzt alles außerhalb unserer, ja, sag ich mal, bewusst erlebten Lebensspanne passiert ist. Und zwar hat er das wohl auf einer Sinclair ZX80 programmiert als 13-Jähriger, und das Ganze war für das BBC-Micro-System. Ja. Was auch immer, kennen wir beides nicht. Kennt ihr vielleicht noch da draußen, wir haben es auf jeden Fall nicht mehr erlebt. Und das war aber sein erstes kommerzielles Spiel, und tatsächlich die Tatsache, dass er das mit 13 Jahren programmiert hat, ist schon recht beachtlich, finde ich. Ja, das soll es auch dazu gewesen sein, wenn ihr da noch mehr Infos zu haben wollt, gerne auf SCB, dort findet ihr mehr. Aber wie gesagt, zu Star Citizen ging es da an der Stelle jetzt mal nicht groß weiter. Aber dafür haben wir aber drei hübsche Videos auf dem Channel. Und zwar, das allererste war ein bisschen Star Marine Chaos, könnte man sagen. Weasen Got No Gun haben wir es genannt, um den Bug zu beschreiben, der uns durch dieses ganze Spielerlebnis in Star Marine begleitet hat. Tja, meine Aufgabe war es dann erstmal, nicht nur, dass ich eh eine Niete bin im FPS, Nein, ich musste mir auch noch eine Waffe eines Gefallenen suchen. War auf jeden Fall eine große, große Freude. Und dann habe ich noch mit Sawyer eine Runde Grenade Chicken gespielt. Ja, ein selbsterfundenes Spiel von uns. Wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, klickt mal auf das Video, guckt euch das an. Es war sehr lustig, also Dozer, Weasen und ich sind da ein bisschen durch die Gegend gehottet und hatten unseren Spaß. Weiter ging es dann etwas ernsthafter mit dem Anvil Hurricane Q&A. Unsere Zusammenfassung, die am Samstag dann online kam. Ein relativ langes Q&A, es waren 19 Fragen, die insgesamt beantwortet wurden und nicht nur zu Anvil Hurricane eigentlich. Nein, es ging auch im Bereich der Turmmechanik und des Multicrew-Systems, weil das spielt ja bei der Hurricane eine große Rolle. Und zwar ist der Ansatz wohl, dass eine Hurricane im Multicrew-Einsatz auf jeden Fall effizienter sein soll, als im Single-Seater-Einsatz. Ja, da muss ich wieder eine Kritik äußern. Finde ich für einen Jäger immer noch total schwachsinnig, aber mal sehen, was sie draußen machen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin auch kein großer Fan von dem Turm da. Hat man, haben wir auch überall, glaube ich, mal raushängen lassen. Aber gucken wir uns an, wie das Spiel dann wird. Es soll ja im Laufe dieses Jahres dann ins Spiel kommen und flight-ready werden. Ja, ansonsten auch nochmal zur Hurricane, denn der Concept-Sale lief ja dann quasi bis gestern, bis Montag. Dann war das quasi unsere Hurricane-Woche. Da ging es dann nochmal in einer Shipshape-Episode um dieses Schiff, um die Entstehung des Schiffs, die Konzeption, ein bisschen um die Geschichte. Da haben wir ein Voice-Over draus gemacht. Wenn euch das also interessiert, schaut doch da mal rein. Nein, ist wirklich tatsächlich ganz interessant. Und ich glaube, dann kommen wir auch direkt nochmal zur Auswertung von Interaction. Ich wollte euch eigentlich jetzt gerade noch was sagen. Achso, Verzeihung. Wolltet ihr bitte hier. Magst du das Design jetzt oder nicht? Das Design von Hurricane, ja, sagen wir mal so, bis auf die Flügel gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also diese Krummflügel-Dinge, die sehen irgendwie so ein bisschen aus, als wäre das irgendwie anders gedacht gewesen. Und ich finde sie ein bisschen unsinnig. Haben sie geklaut von der Hornet. Ja. Das beschützt nur nichts bei der Hurricane. Ja, eben. Also darum finde ich es jetzt ein bisschen unsinnig. Ansonsten diese keilartige Form und so dieses runde Design und quasi, dass du ja eigentlich das Envil-Logo da drin wieder siehst, wenn du das Schiff von oben siehst. Das ist schon ganz cool. Ja, das gefällt mir ganz gut. Aber dieses... Hält mir zum ersten Mal auf. Ja, das weiß ich auch nur deshalb, weil ich dieses Voice-Over gemacht habe, wo sie es sagen, dass sie es so ein bisschen daran orientiert haben. So einfach war das mit dem Design. Richtig. Nur eben, wie gesagt, diese Krummflügel, die sehen irgendwie aus, als wäre das Schiff nicht fertig gewesen in der Entwicklung oder so. Ja, aber sie haben festgestellt, das Ding ist nicht triggertauglich, also müssen die Spitzen einfach gebogen werden. Ach so, genau. Passt sonst nicht rein. Passt nicht rein. Ja, also von daher, wie gesagt, schaut euch das Voice-Over an, eine schöne Sache. Und jetzt kommen wir nochmal zur Auswertung von Interaction. Da war unsere Frage das letzte Mal. Wie findet ihr die aktuelle Alpha 2.6.1? Eigentlich ist das Voting relativ eindeutig ausgefallen. Nämlich, die meisten mit 49% haben gesagt, alles soweit ganz schön, aber perfekt ist das noch lange nicht. Tja, und dann kommt die nächste Gruppe mit 31% und das war, nee, nee, ich warte lieber weiter. Auf was die jetzt warten, weiß ich nicht bei der Umfrage. Ich denke auf 3.0. Oder mehr Content. Ja, mehr Content. Ich denke auf 3.0 und mehr Content oder was auch immer jetzt als nächstes kommt. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig, dass viele jetzt gerade in der abwartenden Position sind. Darum gab es auch mit 13% dann die nächste Gruppe, die sagte, ich habe keine Meinung dazu, ich will aber auch irgendwas klicken. Das war ja deine Umfrage. Das sind quasi die, die sich noch gar nicht den Patch angeguckt haben und gesagt haben, nee, ich warte mal was. Das ist auf jeden Fall eine empirische Studie, die an die Uni gehört, finde ich. So ist es, das ist der Sinn der Sache. Ja, und dann haben wir noch mit 7% die total begeisterten, die gesagt haben, nice, ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu zocken. Also von daher, vielen Dank fürs Mitmachen, danke, dass ihr uns diese Infos gegeben habt. Was hattest du angeklickt, denke ich? Ah, puh, ich wäre, glaube ich, zwischen der 1 und der 4. Ja, aber ich muss echt sagen so, ich muss wirklich sagen, aber es liegt jetzt am Flugmodell, weil der Rest, es hat sich jetzt ja nicht so groß erweitert, aber ich muss sagen, ich fliege wieder sehr, sehr gerne. Es ist für mich ein richtiger Ansporn, es macht Spaß, ich mag die Mechanik, die Perks und diese ganzen kleinen Gizmos brauche ich nicht. So, aber das Fliegen an sich ist wieder dynamisch, macht große Freude. Ich bin schon wieder richtig am Fliegen, deswegen da an der Stelle würde ich sagen, so, ich kann nicht mehr aufhören, aber natürlich fehlt mir so ein bisschen der zusätzliche Content im PU oder Mission oder eine gewisse Persistenz im PU, die sich jetzt wirklich mal lohnt, das fehlt mir halt noch. Abgesehen von einer Spielstabilität, gerade was das PU angeht, das ist auch noch ein bisschen schwierig. Gut, in diesem Sinne, wir sind durch mit dem SCDB Verse Report. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei gewesen habt. Wie immer, hinterlasst uns jede Menge Kommentare, Likes oder Dislikes, je nachdem, wie ihr die Episode fandet. Abonniert natürlich unseren Channel, wenn ihr weiter bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube Creator unterstützen wollt für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr freuen. In dem Sinne, Weasen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Das ist immer am synchronsten, wenn jemand da steht. So läuft. So läuft. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020